ich bin auch einem ganz wichtigen menschen in meinem leben ein video schuldig und hier ist es mein freund danke für deinen video gruß ich hätte ja gar nicht damit gerechnet also ich bin berührt überall und ich freue mich und ich freue mich auf heute abend da sehen wir uns nämlich wieder also tschüss